Jo, hallo Leute, halli hallo, guten Tag Leute, es geht weiter bei unserem guten, geilen, super, super Spiel. Ja, ich muss gerade mal überlegen, ich habe das gemacht, habe ich das gemacht, mal jetzt das. Alles klar, los geht's! Oh mein Gott, come on. Come on, so fiese Mensch, schaffst dich, denn du bist nicht ich. So, nein, nimmst du dir mit, Alter. Puh, aber egal, da war eine Hälfte, haben wir ja gesehen. Wehe, die betrügen uns um die Hälfte. Ja, wer jetzt da hinten anfängt, ein Leben mitzunehmen, der hat echt gelitten. Der lebt noch! Oh mein Gott, fucking Troll, fucking Troll, fucking Troll. Ja, schaff mal nicht. Nein, da war doch die Uhr, fuck! Boah, ich könnte mein Bein schon wieder selbst kaputt hacken dafür. Für so eine Scheiße, dass ich die schon wieder fabriziert habe, ne? Boah, geh, Kamek, Alter. Boah, ich hasse dich, ich habe, boah, ich habe gerade so Aggressionen, ne? Ich habe gerade so heftige Aggressionen, Kamek, Alter. Du altes Opa-Kind, ey, ich hau dich gleich so kaputt in deinem Leben. Ich weiß, dass du mich nicht verstehst, weil du Kamekianisch sprichst. Aber das ist mir so scheißegal mit deinem Kamekianisch, Kamekianisch. Oh, er spricht Kamekianisch, oh. Da, fuck your heart, Alter. So, fuck. Fuck off. Nur Mose-Action. Mose, komm schon. Nein. Fuck. Fuck. Kamek. Fuck. Entschuldigung. Entschuldigung für die vielen Zimp-Wörter. Aber es kann gerade gar nicht anders, weil es ist voll de Kack hier. Es ist voll schwer. Wisst ihr, da ist voll schwer. Es ist voll schwer. Fuck the fuck. Fuck the much. Danke. Oh mein Gott. Toll. Toll. Warum hatte ich nur noch einen Punkt? Warum springe ich daneben? Meinst du das ernst? Kollege, Alter. Hä? Komische Brunnhilde. Fuck. Fuck. Ich hasse dich. So, Entschuldigung. Aber Zeit für Kamek ist immer. Toll. Boah, ich hab so... Ja, pff. Kann man, kann man eigentlich direkt schon wieder neu starten. Ich hab so viel Zeit jetzt verloren bei dem Fuck Kamek, weil ich mich so über den aufgeregt hab. Leck mich doch einmal. Lass mich doch einmal in Ruhe spiel, Alter. Lass mich doch einmal in Ruhe. Wenigstens einmal. Kann nicht einmal die Scheiße beim ersten Mal funktionieren. Einmal. Und jetzt... Kamek, Alter. Geh. Ich will dich nicht sehen. Fuck. Ey. So ein Troll. So ein Troll, Alter Boah Ich muss dich was trinken und ich hab Das ist mein letztes Leben, Alter, ne, ne Letzte Chance, Leute, letzte Chance Ansonsten muss ich nochmal bis zu der Stelle hier spielen, Alter Ne Never ever Ich hab, war so gut eben Jetzt baue ich so ne Scheiße, aber das ist mir doch egal Ich bin immer noch TT So, komm Wenn die Situation brenzlig ist, dann wird TT erst so richtig gut in dem Spiel Komm Jetzt muss es klappen, Alter Das ist die letzte Stage hier, das ist doch nicht so schwer Aber der eine Typ, das ist ziemlich knapp bemessen mit der Uhr Fuck Fuck So, komm Ja Nice Soll ich geschafft haben Komm schon, komm schon, wenn jetzt noch ein Fail kommt, ne Ne Ja, ja, ja Boah, boah ein Troll, Sempre So, eine Troll-Aktion, Alter karte brauche ich also drei haben wir alles vier fehlt nur eins und zwar fehlt hier war die nicht what the fuck da habe ich die nicht die ist aber doch recht einfach gewesen oder nicht ich gucke ich weiß wo die ich glaube ich weiß wo die ist da ja ja sonne sand und silbersterne war das war man dafür den silberstern warum warum die mission mit den silberstern war das ekelhaft die dauert nämlich immer ein bisschen obwohl ich glaube letztes mal als wir die gemacht haben hat sie nicht lange gebraucht da waren wir relativ schnell eigentlich ich habe die hoffnung dass wir nun auch wieder schnell sind denn eigentlich habe ich keine lust auf drei stunden silberstern suche eigentlich nicht nicht so ganz so joshy kann mitschwimmen ist ja auch nicht überall so in manchen joshy joshy abenteuern sage ich mal oder manchen spielen wo joshy dabei ist geht das nicht da kann er nicht schwimmen so jetzt brauche erstmal so ein stachy glaube ich ne stachy da hast du einen ja wenn du keinen für mich hast keinen frischen dann nehme ich mir eben den so da frage mich immer noch der arme joshy hat so ein fettes stachelfieh im mund dass der nicht halb bekloppt dabei wird so zack dankeschön silberstern nummer eins da oben ist noch einer da oben haben wir noch einen ach ja ja wts gehen wir da hoch und hier wieder die geilen fuß abdrücke die sand abdrücke im schuh nicht wie die schuhe abdrücke im sand oder so und da haben wir noch ah ich weiß wo alle sind okay ist easy ist nicht schwer leute ist easy viel einfacher als ich gedacht so das habe ich aber schon gesagt als wir das erste mal gemacht haben ja nur gegen scheiß kameraperspektive kann man kann halt keiner was ne ja komm 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 schwimm schwimm so denn die kometen münze ist grandioserweise hier unten wie kann ich den abwerfen ah ok warte joshy papa kommt gleich so papa hat eben kometen münze geholt joshy alles klar bist du noch da boah das war fehl gerade joshy ach er wartet nicht ist das ein lappen er hat nicht gewartet er ist ins ei zurückgegangen joshy du bist ein scheiß lappen alter warum gehst du ins ei zurück so jetzt brauchen wir noch ein stachy wenn ich das richtig im kopf habe und dann haben wir auch schon dann haben wir den die nächsten kometen münze ja da fehlen noch nicht mehr viel oder fuck joshy joshy komm dankeschön ne dann sollte nicht schafft er das von hier ja ne nice geil ja bequemer geht es ja gar nicht ja nice guck mal was war das denn jetzt für ne kombo richtig gut sehr schön und da unten ist der stern ja joshi tut mir leid oh nein er ertrinkt nein ich kann joshi nicht ertrinken lassen warte joshi so obwohl der hatte ja gutes schwimmtempo so dann wollen wir uns mal den stern mitnehmen joshi würde ich sagen kannst du den eigentlich blümmen dem 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 mario joshi alles klar damit hätten wir den auch ja dann fehlen glaube ich jetzt noch drei oder vier sachen ich glaube drei vier 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 drei drei vier drei oder vier keine ahnung weiß ich nicht drei oder vier da fehlen jetzt noch die kometen münzen holen wir auch noch ist ja nicht mehr nicht mehr weit dann haben wir die auch moment mal alles klar so weltkarte hier haben wir alles an kometen münzen zumindest so und hier fehlt der da frage ich mich wie ich das hinbekommen habt ihr da nicht zu finden aber mal gucken wo sie ist vielleicht ist ja ein bisschen versteckter die ist da ich sehe sie schon oder ist doch welt ne das ist die falsche welt ja die brauche ich so moment mein rücken juckt so wo ist er denn ach da ach da so ich würde sagen wir machen dann auch mal einen cut bevor wir jetzt ins level gehen und sehen uns im nächsten paar wieder leute bis zum nächsten mal tschüss